So, 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 YouTube, hallo und willkommen zu TimeGuessr. Ihr kennt TimeGuessr, wer es nicht kennt, wird es kennenlernen. TimeGuessr sind 5 Runden, 5 Orte, 5 Zeiten. Wir werden genug, ja, Punkte sammeln, hoffentlich 50.000 und dabei bestimmen, wann und wo wir sind. Ähm, ja, ich guck mal, ob ich die Punkte heute schaffe. Ich hab gesehen, viele von euch haben nur, äh, um die 30.000. Das heißt auch für mich könnte es nach unten losgehen. Ähm, ich hoffe nicht. Ich starte das Daily und wir gehen direkt rein in Bild Nummer 1. Und hoffentlich können wir damit etwas anfangen. Ich glaub, ich... Ich wollt grad sagen, ich glaub, ich weiß, wo das ist. Und dann hab ich das da gelesen. Und dann wusste ich nicht mehr, wo es ist. Los Angeles Portrait Studios. Wow. Wow. Roundtas York. Showrooms. Cocoa and Chocolates. Ladies. Okay, interessant. Luxury Service. London. Edinburgh. Äh, 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 okay. Jetzt wird's noch verrückter. I'll have most no... Was? I'll Hairdressing Saloons. Lille. Okay. Also wir haben Französisch. Cafeteria. I'll. Wir haben hier Edinburgh London Luxury Service. Und da oben haben wir Los Angeles stehen. Wow. Aber... Er hat doch hier was von dem... Dem einen Schauspieler so ein bisschen. Urvorfahre. FS. France. Okay. Spannend. Auf jeden Fall, der Bus dürfte aus den 50ern sein. Ich geh mal auf 54, ne? Das könnte gut hinkommen. Okay. Früher dürfte dieser Bus nicht sein. Der ist so rund. Die Busse waren früher nicht so... Ja, aber wo jetzt? Crawfords. Ich mein, London oder Edinburgh? Burra, Burra. Das Französisch... Also, sieht sehr international aus. Deswegen würde ich auf London tippen. Burra. 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 Gums. Burra. Interessant auf jeden Fall. Ha. Was übersehe ich? Burra. 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 Amerika aus, nicht? Deswegen würde ich zumindest nach London gehen. Wir können in Birmingham sein, auf einem halben Weg vielleicht. Zwischen Edinburgh und London. Wir können aber auch in London sein. Tja, schwierig. Schwierig. Beim letzten Mal waren wir bei sowas in meinen Finsbury rum. Aber da sind eher kleine Häuser. Gut. Busbahnhof London werde ich jetzt auch nicht finden, oder? Schwierig. Jetzt zoomt er wieder von alleine. Hört da vielleicht irgendwann auf. Das ist toll. Also das nervt an der Map so ein bisschen. Hm. Ja, Busbahnhof wird jetzt nicht eingezeichnet sein. Wenn man nicht weiß, wo er ist, wird man ihn nicht sehen hier. Crawfords. Ich glaube nicht, dass das Bezirke sind. Schwierig, schwierig, schwierig. Schinzip. Schwierig. Hemstead. Shinshot. Clayton. Bow. South Arc. Okay, wir gehen mal nach Edinburgh Wobei es nicht nach Edinburgh aussieht, nicht? Nach Schottland, das sieht hier nicht schottisch aus Würde mich auch wundern, wenn hier Franzosen in dem Stil gewesen wären Ah, aber von der Häuserfront Man sieht es leider nicht von vorne Könnte ich mir das schon vorstellen, irgendwo Aber wenn man es nicht weiß, soll man immer in die Hauptstadt gehen Guck mal, ob es ein Burnville hier gibt Es gibt ein Churchill Roseburn, Stockbridge Broughton, Carlton Northfield Pilton, New Haven Gut, Burnville könnte auch der Name sein, nicht? Birdie House Ich meine, da steht York Vielleicht sind wir auch in York Nicht in New York, sondern in York Der wäre hier Aber es kann auch sein, dass der Laden nur aus York kommt Ich meine, York liegt zwischen London und Edinburgh Also wäre das Das sieht gut aus, oder? Von der Häuserfront Ja, das kann ich mir hier vorstellen, dass es das war irgendwann mal Diese kleinen Häuser, nicht? Das sieht gut aus Hier, die Stelle Ich nehme das jetzt einfach Das gefällt mir Holy Trinity Kingscourt Churchyard Ja, wird passen Okay, 1954 in York Bam Es war doch Edinburgh Gut, dass ich nach York gegangen bin und nicht nach London Die sichere Methode hat uns also den Arsch gerettet und die Punkte gebracht Aber 1934 Der Bus ist aus 1934 Wow Okay Hätte ich nicht gedacht Hätte ich einfach nicht gedacht So, wo waren wir hier? Okay Die Stelle hätte ich nicht genommen Aber gut Ich freue mich über die Punkte, über die Location Nur 800 liegen gelassen Das war auf jeden Fall der Safe Call, nicht? Zwischen Edinburgh und London Äh, können wir da nochmal gucken? Heißt der Bezirk irgendwas? Gibt's irgendeinen Hinweis? Princess Street Newtown Ne, das ist alles umgebaut worden Gibt's vielleicht noch eins der Geschäfte? Royal House of Scotland Mark and Spencers Burger King Ne, ist alles raus Ah, okay Aber 1934 tut halt heftig weh Jetzt weiß ich, was die anderen meinten Mit die Zeiten sind heute echt ein Problem Und damit gehen wir in Bild Nummer 2 Und werden unsere Sinne schärfen Und genau hingucken Äh Materials & Co Done Then Building United Nations Okay Agency Of Genau das kann man nicht lesen Shit United Nations Agency in Hm Hm Tja Also, aber Ich würde sagen Wir sind wieder in Kairo Wir hatten neulich so eine Szene Und dann waren wir in Kairo Mit diesem Turban Und dem Ding Zumindest sind wir nicht In Marokko Vielleicht sind wir eher sogar Richtung Israel Kuwait Ich mein, das sieht nicht nach Israel aus Äh, Israel Ähm Kairo hier aus Mit den Anhühen Und den Häusern Sieht schon eher arabischer noch aus Puh Boah, und auch von der Zeit her Schwierig Ich mein, es gibt Motorräder und Kennzeichen Boah, die Die Autos sagen aber jetzt auch nicht wirklich ne Ne wahre Jahreszahl voraus, ne Ich Ich wäre wieder so auf 51, 52 53 Abgerundete Autos Schmale Reifen Fast noch früher Ich würde fast in die 40er runtergehen Und das Ding erinnert mich immer, wenn ich in Ähm Indien oder so rumgefahren bin In Geotastic Wo haben die sowas noch Arabische Emirate würde ich nicht sagen Ich nehme einfach Kairo Von der Schrift her Ist es ja so ein bisschen orientalisch Alles einfach Vielleicht steht da Jordan Building Jordanische Aber wo dann hier, ne Schwierig Schwierig Aber ja, es passt eigentlich gut zu Jerusalem und Co Ich mein, hier steht auch noch irgendwas United Nations Pass Pass Rigi Shit Off Oh, jetzt hängt die Map Wow Wow Ich liebe diese Apple Map Die funktioniert nicht gut Also Hier würde ich fast nicht sagen Ich würde schon sagen, irgendwo Hier in diesem Gebiet Sind wir Vielleicht noch irgendwo hier am Rand Irgendein Randgebiet Aber ist das Jerusalem Das sieht auch nicht nach Jerusalem aus Es gibt schon wenig Bäume Kairo ist recht grün, nicht? Das darf man gar nicht vergessen Kairo liegt ja am Nil Also wenn man da mal guckt Da gibt's Klar gibt's auch Sanddinger Aber die haben auch Einige grüne Bäume und so Hier sehe ich gar keine Bäume Also die haben überall mal einen Baum stehen Würde ich also deswegen ausschließen Klar gibt's wahrscheinlich auch eine Straße Hier am Rand ohne Blöde ist Man sieht auf der Karte keine Berge Hier hätten wir so eine Anhöhen Das dürfte ein Anhöhen sein Die auf diesen Hügel hier rauf gehen Schwierig Wow Wow Sieht schon krass aus Wie in City Skylines gebaut Und ja Die haben das hier wie in Work and Resources Nicht auch so eine Abfahrtspur Das müssen wir unbedingt auch machen Und dieses Dreieck Haben die auch immer schön Tja Ich meine das passt halt mit den Dinger nicht zu Israel richtig Jemand der Ahnung von den Uniformen hat Könnte wahrscheinlich an der Uniform erkennen Was das für einer ist Ich gehe einfach Ich gehe jetzt einfach hin Ich Wir machen es einfach Wir gehen jetzt einfach Genau an Diese Stelle Keine Ahnung 1948 an der Stelle Und das ist wirklich Amman Okay Dann haben wir gut Und nur zwei Jahre weg 1950 Sehr starkes Bild Traffic Wagen directed in Amman Jordan Okay Dann steht da wirklich Jordan Building Okay Okay Ist total zugebaut worden Sieht ganz anders aus Heutzutage Krass Aber Dadurch dass wir Zumindest Jerusalem Und nicht Cairo Genommen haben 4600 Punkte Sind wir auf 9426 Das ist vollkommen okay Und ich gehe in die Nächste Runde Runde 3 von 5 Wir sind in Ich würde sagen New York North Nur Also auf jeden Fall Mal send Nicht First mile First And Fifth mile Each additional Fifth mile Okay Also der hat einen Grundtarif Und einen Additional Tarif Boah Das ist doch Irgendwann In den 70er 80ern Irgendein Model Hm Wie 90 Nur Noch Nicht Bei Time Dings Durch Was Machst Du Nur Den Ganzen Tag Ja Neue Logos Im Werfen Das Gut Ding Will Weile Haben Hallo Don Öko Aber du Hast recht Mit den Zeiten Es ist Heute Besonders Haarig gewesen Hallöchen Hallöchen Wo Sind die In New York Taxi 97 Es ist kein New York Taxi Aber ich Hätte Keine Bessere Ahnung Ob Das Detroit Ist Wo Ist Paris In Amerika Ich meine Cent haben die Auch In Anderen Ländern Gut Aber Nicht In Frankreich Und Prost Nicht Vergessen Es Ist Zock Genende Genau Wir genießen Es East Village No Ho Tribeca Das Klingt Alles Gut Keine Ahnung Hier Die Ist Im Bowery 1983 Keine Ahnung Okay 1962 Haps Haps im Kessel Kann ich Saufen Genau Dann Hilft Das Okay Es Ist Immer Die 42 zu Gehen Wenn Wären Wir Nämlich Hier Gewesen Und Das Ist Immer Drunter Oder Drüber Nicht 42 Nehmen Und Gut Ist In New York Aber Klar Woher Soll Man Das Wissen Die Steigt Irgendwo New York Aus A Model Posing For a Photoshoot Designed To look Like A Paparazzi Shot In New York 1962 Da lag Ich Auch Voll daneben Das Sieht Doch Definitiv Also Sowas Jetzt Ohne Böse Zu Sein Aber Ich Hätte Die Menschen In den 1960ern Gedacht Dass Die Mit Fackeln Auf Sie Zulaufen Und Sie Anzünden Aber Sie Ist Doch Definitiv Aus Den 80ern Entsprung Und Das Ist Doch Ein Typisches New York Taxi Der 80er Leider Nicht Leider Eben Nicht Ich Hätte Gedacht Deswegen Ist Es Eine Andere Stadt Die New York Taxi 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 Der 80er Die Sind Eckig Gewesen Nicht Rund Rund Ist Immer Früher Aber Gut 62 Hätte Ich Niemals Genommen Ich Dachte Das Vielleicht Ein Altes Taxi Oder So Was Wow Also Ich Habe Ja Nicht Mal New York Gedacht Ich Habe Einfach Nur New York Genommen Aber Sie Sie Könnte Aus Musik Video Der 80er Stammen Bis In Die 80er Ja Das Ist Hat Immer Das Problem Nicht Wenn Du Nur Ein Auto Hast Und Das Ein Alltimer Der Lange Gefahren Wird Dann Kann Das Auch 1990 Sein Oder Du Hast Ein Früh Früh Modell In Der Stadt Wo Das Auto Produziert Wird Dann Kann Es Auch 10 Jahre Sein Bevor Das Woanders Auf Bild Auft In der Normal Stadt Ne Ich War In Detroit Autos Die Eckig Und Das Gab's Erst Woanders Zehn Jahre Später Auf Fotos Nicht Also Das Ist Dann Echt Gemein Wenn Du Halt Das Merkmal Nicht Entnehmen Kannst Weil Es Einfach Nicht Zum Tragen Kommt An Der Stelle Das Ist halt Was Soll Man Da Machen 4.900 Punkte Es Wird Eine Harte Runde Heute Und Damit In Bild 4 Vom 5 Okay Not To Hall Ver For Me Hafen Polizier Okay Es Ist Zu Weihnachten Zu St. Nikolaus Wahrscheinlich Also Wir Haben Den 6. Dezember Würde Ich Sagen Kenn Leider Dieses Front Hier Nicht Ah Klar Also Wir Sind Niederlande Nicht Frage Ist Rotterdam Den Haag Amsterdam Aber Im Zweifel Geht Man Immer In Die Hauptstadt Und Fängt Dort An So Palais De Dam Amsterdam Cathedral Central Okay Ne Das Wurde Nicht Sein Wir Gehen Mal An Wasser Also Wir Eine Ablegestation Und Dahinter Ein Großes Langes Gebäude Am Wasser Gut Das Kann Natürlich Zerstört Woren Sein Ab Wo Das Bild Wird Nach Im Krieg Sein Außer Heute Ist Richtig Mies Dann Ist Das Vor Im Krieg Wo Ist Hier Überhaupt Wasser Man Sieht Das Wasser Gar Nicht Okay Vielleicht Eher In Die Richtung Hier Hm Da Ist Alles Neu Gebaut Hier Haben wir Ein Älteres Gebäude Das Könnte Passen Aber Man Müsste Die Beiden Türme Ja Sehen Die Müssten Sehr Deutlich Zu Erkennen Sein Das Ist Sehr Markant Das Erinnert Mich Ein Bisschen An Das Gebäude Am Kreml Das Hat Auch Solche Doppelt Türme Das Sieht Man Sehr Sehr Gut Außer Es Haben Sehr Viele Gebäude Solche Dächer Nicht Denn Das Schwierig Zu Erkennen Und Wasser Brauchen Wir Dann Auch Noch Hier Haben wir Auf Jeden Fall Auch Anlegestellen Was Mit Dem Gebäude Das Passt Nicht Oder Da Sind Keine Türme Nicht Zu Verschnörkelt Ich suchte In den Niederlanden Eine Anlegerstelle Ja Ja Genau Deswegen suche Ich eher Die Türme Es Muss Ja Ein Rathaus Sein Oder Irgendwas Anderes Problem Ist Natürlich Wenn Der Satellit Von Der Falschen Seite Darauf Fotografiert So Wie Hier Dann Kann Man Schnell Übersehen Okay Ich sag Erstmal Wo war Jetzt Hier Was Ich sag Erstmal Hier Irgendwie Da Ich meine Die Haben Sehr Viel Wasser Aber Irgendwie Es Fühlt Sich Nicht Ganz So An Können Nochmal Rotterdam Gucken Aber Rotterdam Hatte Nicht Wirklich Eine Altstadt Nicht Nur Auf Dieser Vorgelagerten Insel Oder Sowas War Was Die Meist Die Meisten Sachen sind auch hier immer neu am Wasser Okay Okay Hier Hier Haben Wir Jetzt Die Großen See Häfen Nee Das Passt Auch Nicht Wo Ist Das Andere Ding Die Muss Ja Auch sein Den Haag Den Haag Hat Aber Na gut Die Haben Alle Wasser Ist halt immer Blöd Weil man nicht Weiß Ob das Gebäude Hat noch existiert Das heißt Man Sucht sich Event Zu Tode Und Kann Es Gar Nicht Sehen Oder Man sieht Es Einfach Aus der Perspektive Nicht Wenn Man Dann Weiß Das Wo Es Ist Nicht Dann Sieht Man Es Auch Ich Find Es Nur Vorher Schwierig Zu Sehen Wo Man Ist Okay Aber Das Wasser Ist Alles Zu Klein Hier Wir Können Nur Hier Entweder Irgendwo Gewesen Sein Oder Hier Wart mal Hier oben Gab es noch Irgendeine Stadt Leuvaden Leuvaden Neulich Waren wir mal Hier auf Diese Auf Diesem Ding Das ist Richtig Verrücktes Teil Das Da Hat man So Traktor Fotografiert Hier drauf Das war Ein Schmutz Bild Auch Vor Dem Herrn Einfach Traktor Mit Schwarz Weiß Bild Und Wasser Im Hintergrund Du dachtest Der Fliegt Einfach Da Oder So Woher Soll Man Das Wissen Wenn Man Die Stelle Nicht Kennt Okay Rembrandt Wenn Das Gebäude Sieht So Aus Als Ob Es Angezeigt Wir Müsst Aber Ich Find Die Stelle Okay Nicht Die Ist Mittendrin Jetzt Ist Die Frage Wann Ist Das Und Das Ist Die Große Frage Hallo Normale Ment Wer Sagt Dass Es Am Wasser Und Ein Schiff Zu Sehen Ist Ich Glaube Inzwischen Alles Bei Time Gesser Vielleicht Haben Die Das Ja Auch Zugeschippt Um Land Zu Gewinnen Nicht War Das Kann Alles Sein Das Kann Alles Sein Vielleicht Ist Es Auch Nicht In den Niederlanden Sondern Vielleicht Ist es Dänemark Aber Nord zu Holl Vervor Mai Könnt Natürlich Auch Deutschland Sein Und Friesisch Ja Aber Ich Würde Auf Niederlande Tippen Tippen Wegen ihm Ach Ne Er Er Spielt Den Heiligen Drei König Typen Nicht Ah Okay Aber Da Haben Wir Auf Jeden Fall Entweder Frankreich Oder Niederlande Flagge Baking Können Wir Schon Mal Ausschließen Das Das Hatte Ich Auch Kurz Im Verdacht Tja Aber Wann Das Kann 1930 Sein Das Kann 1950 Sein Das Ist Echt Mies Nicht Die Sind Alle Historisch Gekleidet Die Leute Im Hintergrund Sieht Man Nicht Das Boot Ist Historisch Man Hat Kein Hinweis Eigentlich Deutsche Schiffe Fahren Auch Nicht Unter Deutscher Flagge Oder Aber Wo Anders In der Welt Ja Aber Kleine Schiffe Fahren Normalerweise Unter Der Flagge Wo Sie Im Hafen Liegen Also Unwahrscheinlich Dass Hier Eine Niederländische Fähre In Deutschland Fährt Also Vor allem So Ein Fisch Gutter Nicht Das Würde Ich Schon Mal Ausschließen Dem Hinweis Würde Ich Schon Vertrauen Ich Könnte Auch Eine Flagge Vom Deutschen Reich Sein Und Das ist 1935 Keine Ahnung Weißt Du Aber Ich Glaub Wir Würden Zu Der Zeit Das In Deutschland Nicht sehen Das muss Auch Das ist ein Riesen Bekanntes Gebäude Sein Ich Finde Sein Wir Nicht Tja Geh ich Auf Will Mich Das Spiel Ärgern Dann Geh ich Auf 1935 Ich Mach's Einfach Ist Scheißegal Komm 1946 Da Oben Ah Okay Die Haben Nämlich Das War Nämlich Jetzt Da Das Ist Es Nee Das Ist Es Nicht Oder Das Passt Nicht Mehr Das Habe Ich Nämlich Gedacht Dass Es Dann Nach dem Krieg Ist Okay Vor Krieg Aber Es Ist Nach dem Krieg Wo Ist Dieses Gebäude Haben Die Das Da Da Die Perspektive Oder Sind Das Die Nee Das Sind Nicht Die Türme Hä Nee Das Existiert Nicht Mehr Doch Da Boah Das Ist Der Bahnhof Boah Da Durch Den Schatten Sieht Man Nicht Dass Das Türme Sind Aber Das Hasse Ich Immer Das Nimmt Man Nicht So Wahr Dass Das Viereckige Sind Von Oben Drauf Sieht Man Das Immer Viel Besser Okay Die Position Ist Nicht Unser Problem Das Sind 40 Punkte Aber 2000 Nur Bei den Jahren Aber Immer in 11 Jahre Sinter Klasse Dutch Variation Of St. Nikolas Den Tag Hätte Ich sagen Können Greeting onlookers In Das Ist Jetzt Nicht So Schwierig Daizuke Kawayaki Irgendwo Hier Oben Sendai Das Müsste Hier 2011 Sein Nech Daizuke Sendai Wo ist Seiduke Sendai Was Ist Das Hiroshima Wo ist Dieses Atomkraftwerk Versuche Ich Ich dachte Das War Da Unten Irgendwo Koshiro Oshiro Guji Gmaschi Irgendwie habe ich das Gefühl Dass ich nicht weiß wo es ist Ich meine was soll es sonst sein Zumindest Erdbeben Einbruch Aber es könnte auch Sonst wo sein Nicht Eine andere Anlage Nach dem Tsunami Ist auf jeden Fall Japan Ich dachte Kurz Südkorea Ich kann das immer Schwer Unterscheiden Aber das Da ist eher Japanisch Oder Chinesisch Nicht Und das Ist glaube ich Auch Japanisch Das hatten wir Neulich Und die haben Alle Schutzanzüge An Hm Okay 2012 Vielleicht Aber wo war Denn dieses Kofftwerk Kotschi Das heißt Alles so ähnlich Nicht Oh man Tausendmal in den Nachrichten gehört Was hat sie Dann sag ich es dir Ne 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 Du hattest davor 1960 Ja Da wäre ich nämlich Auch hingegangen Nicht späte 1960er Und Da ich mich Immer falsch Und scheide Äh Bin ich dann Runter gegangen Shima Also um Tokio War es nicht Das wäre ein bisschen Zu krass Ich glaube Irgendwo hier Können die das nicht Als Landmark Ein Einzeichnen Das war neben Irgendeiner Großen Stadt Und dann Neben Oder so Dachte ich Kazunzuma Aber ich kann jetzt Nicht in der ganzen Zoomstufe Die die Küste Abgehen Aber wie hieß Denn das Kagoshima Fukushima Fukushima Nicht Also sehen wir Fukushima Irgendwo Fukuyama Sehe ich Yokohama Da Da Was sollen die da In Machen Das ist Eine schöne Atom Pilze Explosion Oder irgendwas Ich werde mich gleich So richtig In Arsch Speisen Ok Ok Oh Doch die Richtige Ecke Puh Ok Ich wusste nur noch Die große Stadt Aber ich wusste Nicht mehr Nördlich Östlich Da ist es Members of the Für die falsche seite Entschieden Ja gut Wäre auch ein bisschen Krass an der Großen Stadt Gewesen Nicht Da oben In dem Ballungsgebiet Das Atomkraftwerk Hinzu Werkeln Aber es wird auch Nicht angezeigt Hier Man muss echt Wissen Dass es da Ist Na Egal Damit haben wir es Und wir kommen zu den Final Scores 35.879 Eieieiei Ich klicke auf Share Results Und packe die Results In den Discordios Ich meine 35.000 sind Immerhin noch gut Muss man ja auch mal so sehen Das geht Durchweg Schlechter Also Man muss sich da nicht Unbedingt Verstecken Aber es hätte Natürlich auch Besser sein können Aber gut Beim nächsten Mal Dann werden wir es Besser machen Dann gucken wir mal Aufs Leaderboard Was die anderen So geschafft haben Ich bin nicht letzter Don Öko Ganz knapp hinter mir Aber Ich sag wie es ist Es ist Nicht wirklich Ein verdienter Erster Platz Nicht wahr Also Das ist Beides Auf dem Mindestens Selben Niveau Und ja Wir werden jetzt mal In die tiefere Analyse gehen Wo denn heute Die Probleme Lagen Und die anderen Werden noch spielen Da bin ich mal Gespannt Was Gregor Und Nobody Schaffen werden Nobody Da bin ich Wirklich gespannt Ob er wieder Seine 45.000 48.000 Plus halten kann Fügt mich Als Freund hinzu Ich guck mal Hat das vielleicht Einer von euch gemacht Kein Incoming Friend Request Ob Ihr habt auch Eine Weile Nicht mehr gespielt Auf jeden Fall Ja Fügt mich hinzu Und Wir gehen in den Breakdown Erstes Bild 20 Jahre War ich da weg Das war Das blöde Da stand ja Edinburgh London drauf Und Auf dem Ein Haus Stand York Und deswegen Hab ich York genommen Weil York Zwischen Edinburgh Und London Liegt Nicht Nur 259 Kilometer Weg Deshalb Das war die Sicherheitsvariante Ich konnte mich nicht Zwischen Edinburgh Und London Entscheiden Und York Lag so Perfekt Dazwischen Dass ich gesagt Hab ich Gehe das Risiko Ein Anstatt Sehr weit Weg zu sein In einem Der beiden Fälle Ich wäre Ich wäre Nämlich Ehr nach London gegangen Als nach Edinburgh Bin ich Nach York gegangen Und hab Dann Eine kleinere Distanz Nicht War Stand auch Edinburgh Auf dem Bus Stand aber Auch York An dem Haus Deswegen Und Der Bus Von London nach Edinburgh Würde ja Irgendwo Zwischen Halt Machen Dachte Ich Mir Also Weißt du Ob er In der Start Oder Endstation Steht Das Ist halt Fifty Fifty Chance Dann Volles Risiko Und Das Wollte Ich Nicht Eingehen Dieses volle Risiko Deswegen Bin Ich Nach York gegangen Und Hat sich Gelohnt In meinen Augen Wie gesagt Ich wäre Nach London gegangen Anstatt nach Edinburgh Bei der Fifty Fifty Chance und York hat die halbiert Am Haus stand auch Irgendwas von Los Angeles Genau Ja Das Ich dachte Erst Los Angeles Ich So Dann das andere Haus York Hinten rechts war ein französisches Café mit Ile de Paris oder sowas Boah Auf dem Bus stand Edinburgh London Das Bild wollte einen richtig durchnehmen nicht wahr Aber von der Position her geschlagen Aber ich habe never ever erkannt dass das 1935 oder wann das war oder 1934 Niemals hätte ich das gedacht Der Bus sah viel zu sehr nach 50er aus War 20 Jahre weg Ich war glaube ich 52 und das war 32 oder ich war 55 und das war 35 Hätte ich nie gedacht Das hat mich richtig rausgehauen von den Punkten Fand ich am ja also das war wirklich das wo ich es auch nicht hätte besser machen können selbst wenn ich 30 Minuten rauf geguckt hätte Bild Bild Nummer 2 da habe ich Jordan erkannt ich bin dann nach Jerusalem gegangen es war Amman war wieder eine 50 50 Chance Entfernung aber sehr gering 68 Kilometer ist okay und nur zwei Jahre weg da habe ich ganz gut eingeschätzt wann es war war glaube ich 1952 oder so irgendwie so und ich war 54 oder irgendwas finde ich schade dass es hier im Breakdown nicht dran steht was man genommen hat das wäre halt nochmal cool zu sehen was da wirklich gelaufen ist nicht wahr aber ja fehlt halt ein bisschen das erkennt man wirklich am Bus wenn man etwas auf alte Fälle immer steht ja klar wenn du die Erfahrung hast dann kannst es erkennen aber ja hier ist er der hatte diese Erfahrung nicht aber so ist es halt man kann halt nicht alles im Leben wissen nicht wahr und das gehörte anscheinend dazu naja gut aber Jerusalem Amman wo warst du da ich bin nach Tunesien gegangen da hättest du aber von gestern lernen können Turban nicht östlich äh norhenosten äh westlich von Kairo das hättest du lernen können aber ja nicht äh weil ich bin ja gestern auch hier nach wo war ich in Algerien ja ich bin nach Algerien nicht und dann war es ja Kairo und deswegen bin ich heute definitiv in die Ecke gegangen und da stand Jordan am Gebäude wenn man ganz genau hingeguckt hat deswegen bin ich auf jeden Fall nach Jordanien gegangen das Amman also das Jordan und Jordanien nicht das ist ja irgendwie keine Ahnung dass sie das früher nicht unterschieden haben oder Jordan heißt es Jordanien auf Englisch ich frag mich was Jordan auf Westjordanland dann da heißt weil wenn ich Flaggenratum machen ist es Jordan und das ist Jordanien also irgendwie merkwürdig aber okay wo soll das stehen oben links unter den arabischen Schriftzeichen steht Ordan Buildings Inc oder sowas und dadurch dass Englisch dran steht bin ich eher in den ja sag ich mal ähm englischeren Teil gegangen als in den anderen also hat mich ein bisschen verwirrt was zu der Zeit dort Englisch an Häusern stand sehr fortschrittlich auf jeden Fall aber ja it was possible ach wer wie ja ja manchmal übersieht man den Hinweis einfach du geht mir auch so dann Runde 3 da warst du hier schon da 21 Jahre weg also die Frau die auf dem Bild zu sehen war never ever hätte ich das so eingeschätzt also also Bild 1 und Bild 3 hätte ich zeitlich immer noch nicht besser gemacht ich hätte würdest du es mir nochmal neu zeigen ich würde wieder die gleichen Jahreszeiten schätzen und wieder 20 Jahre weglegen das ist halt echt übel da fehlen mir auf jeden Fall die 10.000 Punkte zu den 46.000 oder 45.000 das ist halt richtig richtig bitter also die Pille hier gut die Position ich ärgere mich dass ich nicht einfach zur 42 gegangen bin wie immer warum ich hier wieder nach unten wollte aber ich dachte Sohu und Nohu und East Village da könnte eher so jemand rum tun aber klar natürlich war es in Manhattan müsste mir eigentlich klar sein direkt im Zentrum die war ihrer Zeit halt 25 Jahre voraus mindestens nicht also das war schon krass und dass die Leute das nicht direkt als ja oder dass die Leute es damals so hingenommen haben das müsste ja ein totaler Affront gewesen sein aber gut ist New York nicht da ist anscheinend schon immer alles egal gewesen den Leuten und dann ja Amsterdam immerhin an Amsterdam gefunden elf Jahre weg finde ich noch okay ich wäre halt auch eher in die 60er gegangen dann wäre ich 20 Jahre wieder weg gewesen ich habe einfach Bauchgefühl runtergeraten weil ich dachte das Gebäude existiert nicht mehr oder wurde im Krieg zerstört aber es war die Amsterdam Central das einzige große Gebäude was es hier gibt nicht und ich habe hier unten gesucht naja sah auch nicht wie ein Bahnhof aus muss man mal dazu sagen die Front sah aus wie ein Gerichtshof oder sowas und man hat auch keine Schienen oder irgendwas gesehen oder diese Kuppeldächer gab es wahrscheinlich damals nicht mal Pech 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 aber gut die Position nicht das Problem eher die elf Jahre und das letzte Bild ja Fukushima 9338 112 Kilometer das ist auch noch okay gewesen denke ich das hätte ich jetzt auch mit langen suchen ich glaube ich hätte das hier auch nicht erkannt als Fukushima muss ich gestehen das könnte jede x-beliebige Industrieanlage sein also hier ist nichts was mir sagt das ist ein Atomkraftwerk ich meine das hier ist jetzt das ganze Wasser was sie gelagert haben nicht dieses Tritium verseuchte irgendwas was sie jetzt ins Meer leiten aufgefiltert ähm na ich meine nicht mehr die Kühltürme existieren anscheinend noch die man ja sonst als Merkmal oder so heranziehen könnte wahrscheinlich kühnen die halt inzwischen schon ganz anders nicht mehr mit klassischen Kühltürmen hätte ich nicht hätte ich nicht entdeckt aber ich wusste irgendwo um diese Stadt hier herum aber das so weit südlich ist hätte ich nicht gedacht aber klar war vielleicht ein bisschen dumm das mitten in eine Stadt zu setzen aber ich hätte nicht gedacht dass das Gebiet so groß ist von dem Atomkraftwerk muss man mal dazu sagen aber hey richtige Stelle gefunden und nur ein Jahr weg bestes Bild damit heute ne zweitbestes Bild damit heute und ja damit würde ich sagen endet erstmal diese Aufnahme wir sehen uns bis dann und tschüss macht mit fügt mich als Freund hinzu und spielt TimeGuess